Dieser deutsche Muskelmann erobert die Filmwelt. Ein deutscher Muskelexport tritt seinen Siegeszug in Hollywood an. Demnächst wird er im Marvel-Film Shang-Chi zu sehen sein. Dabei wurde Schauspielerin Florian Monteanu, 30, auch bekannt unter dem Spitznamen Big Nasty, von einer wahren Branchenlegende entdeckt. Wer es ihm ermöglicht hat, auf der Leinwand durchzustarten, zeigt unser Video. Für den Deutschen in Hollywood, ging ein Kindheitstraum in Erfüllung. Talent, Muskelmasse und eiserner Wille, seit 15 Jahren arbeitet Ex-Boxer Florian an seinem Traum, auf der Leinwand durchzustarten. Das ist ein Kindheitstraum, der in Erfüllung geht, verrät er uns im Interview. Inzwischen hat er sogar schon eine Wohnung in Los Angeles, USA. Doch seine deutsche Heimat im Süden des Landes will er dabei nicht in Vergessenheit geraten lassen. Der Münchner erzählt, ich esse immer noch gerne Leberkäse. Wie es für den Mann, der schon an der Seite von Michael B. Jordan, 34, vor der Kamera stand, war, von einer Hollywood-Legende gecastet zu werden, verraten wir im Video.